Umweltschutz Umweltschutz, ein Gedicht von Hans Hartmut Kark Vorgetragen von Green World Facts TV Die Erde braucht nicht Theorien, um als Planet bläugig zu bleiben. Sie braucht auch keine Strategien, mit denen wir Handel treiben. Der Umweltschutz kann nur beginnen, konkret, nachhaltig, lebensnah, da hilft kein fernes Sternensinn, denn die Bedrohung ist ja da. Wenn Erde, Wasser, Luft verschmutzt und vorher alle Wetter ändern, haben wir die Welt vernutzt, vergeblich, wenn sich Augen rändern. Es hilft auch nicht, wenn wir moderieren, als Einzelne machtlos zu sein, dabei das Ausreden nicht spüren, die unseren Frevel binden ein. Die Schöpfung bewahren kann ja jeder, der ehrlich, praktisch sich bemüht und nicht immer den schwarzen Peter dort sieht, wo er ja selbst nicht glüht. Wer auf die Zukunft bauen will, der muss sie selber mitgestalten. Systemschutz ist das wahre Ziel, nicht eben Absicht verwalten. Dieses Gedicht befasst sich speziell mit dem Umweltschutz und ich denke, dieses Gedicht sagt schon alles. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Umweltschutz kann jeder und sollte jeder. Und Umweltschutz muss sein. Das war Türchen 12. Ich wünsche euch noch eine besinnliche Zeit bis Türchen 13. Bis morgen. Und umweltschutz. Und umweltschutz. Und umweltschutz. Untertitelung des ZDF, 2020